Hallo und herzlich willkommen bei unserer Online-Bürgermeister-Sprechstunde, wenn ich Bürgermeister wäre. Wir sind jetzt hier gespannt bei unserer Einsendungen, die uns eingegangen sind. Erfreulicherweise haben wir 22 Einsendungen, da haben wir wirklich nicht mit gerechnet. Natürlich sitzt jetzt auch Helmut Knurbein bei uns. Genau, hallo. Ja, hallo, sehr schön. Genau, wir haben so viele Einsendungen, habe ich ja gerade schon erzählt. Deswegen haben wir uns überlegt, die ganze Show in drei Teile aufzuteilen, weil die Videos sonst viel zu lang wären. Und am heutigen Tag starten wir einmal hier, habe ich auch eine Pinnwand, mit der mittleren Spalte aktuelle Lage und Anliegen. Genau, und die anderen beiden Videos teilen sich dann so auf, dass wir die Themen immer ziehen und dazu dann in den Talk gehen. Aber vorab vielleicht das Spannendste für einige. Wir gehen jetzt erstmal auf unser Gewinnspiel ein. Da haben 18 von 22 mitgemacht und wir haben uns überlegt, von diesen drei Fragen muss eine richtig sein, sodass man am Gewinnspiel teilnimmt. Und zu gewinnen gibt es heute zwei 10-Euro-Metten-Gutscheine. Genau, Herr Knurbein, was glauben Sie denn wohl, wie groß Sie geschätzt wurden? Wie groß? Also das ist sicherlich gar nicht so einfach, aber ich vermute mal so, um die 1,80 herum bin ich wahrscheinlich geschätzt worden. Ja. Vermute ich. Der Durchschnittswert war sehr spannend, Sie sind ja 1,84. Der Durchschnittswert war 1,84,2, also sehr nah dran. Sehr nah dran, das stimmt. Genau, der größte Wert war 1,90 und der kleinste war 1,75. Also aber im Durchschnitt waren Sie sehr gut dabei, da haben wir auch nochmal die ganzen Zahlen eingeblendet. Oh ja. Genau, von den 18 haben auch zweimal Ihre Größe richtig beantwortet. Genau, jetzt kommt es zum noch spannenderen. Was glauben Sie denn, wie alt wurden Sie geschätzt? Ja, das ist sicherlich spannend. Also ich glaube, einen Mann darf man schätzen, aber bei den Frauen ist es ja immer so eine Sache. Aber ja, ich hoffe, dass ich nicht zu alt geschätzt wurde. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass ich wahrscheinlich auch hier so um die 50 wahrscheinlich geschätzt wurde. Genau, das ist richtig. Der Durchschnittswert ist 53. Ihr Alter, um es mal aufzulösen, ist ja 56. Dabei sieht man dann hier auch, das Älteste war einmal 57. Also grundsätzlich haben Sie sich eigentlich jünger geschätzt. Ja, genau. Und sehr erfreulich einmal die 41. Ja, oh. Sehr schön. Ja, genau. Und da hatten wir sechs richtige. Und das bedeutet, weil den Lieblingsort hatten wir leider nicht einmal richtig von Ihnen, den lösen wir aber auch gleich auf. Aber dadurch haben wir acht Teilnehmer, die was gewinnen können. Das ziehen wir jetzt gleich auch. Genau, und Ihr Lieblingsort, was glauben Sie denn da? Was wurde da genannt? Jetzt habe ich schon verraten, dass Ihr Lieblingsort nicht stimmt. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass oft auch so geschaut wird, was macht er vielleicht, wo ist er sehr oft, dass vielleicht da die Tendenz hin war. Ich habe mir natürlich meinen Lieblingsort so in Meppen ausgesucht. Also außerhalb von Familie, von Büro, von meinen Tätigkeiten, wo ich bin. Also insofern ist es auch für mich jetzt schwer zu überlegen, was wurde geschätzt. Aber ich bin natürlich, und das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch der eine oder andere gedacht hat, er ist gerne zu Hause. Könnte ich mir vorstellen. Aber wo ich natürlich auch super gerne bin. Aber mein Gedanke war dann eben doch, wo ist der schönste oder der tollste Ort, wo ich mich mal gerne aufhalte. Und da habe ich mal für mich so, wo Hase und Ems zusammenfließen, das war so für mich ein ganz schöner Ort in Meppen. Das wäre er gewesen. Aber ich bin mal gespannt, was da so gesagt wurde. Genau. Da haben wir auch hier eine kleine Zusammenfassung, weil das jetzt gleich eingeblendet wird. Genau. Sie hatten uns ja gesagt, dass an der Holtingmühle, wo Ems und Hase zusammenfließen, ihr Lieblingsplatz ist. Aber Ihre Vermutung ist schon richtig. Zu Hause und bei der Familie wurde insgesamt siebenmal genannt. Ah ja. Ja. Und das Rathaus ist das zweithöchste genannte, also ihr Arbeitsplatz. Wahrscheinlich, weil Sie sich da am meisten aufhalten. Ja, genau. Genau. Aber das passt ja ganz gut zu dem, wie ich es eingeschätzt habe. Genau. Ja, sehr schön. Ja, und sehr spannende Ideen, die dabei rumkamen und auch gar nicht so falsch geschätzt von den Jugendlichen, die mitgemacht haben. Schön. Und dann würde ich mal sagen, ich gebe Ihnen mal die Schale rüber. Ja. Und dann können Sie einmal zwei Zettel ziehen und das sind dann unsere Gewinner. Okay. Ich nehme mal den ersten. Ich gucke auch nicht rein, obwohl ich es auch nicht sehen kann. Aber jetzt habe ich mal zwei. Oh, ich glaube. Ah ja, ist doppelt. Genau. Okay. Können Sie da einfach hinstellen. Genau. Und wir lösen auf mit Trommelwirbel. Trommelwirbel. Das ist die Jule. Die Jule, okay. Genau. Und der zweite Name? Die Jana. Jana, okay. Jana und Jule, euch schreiben wir nochmal an, dass wir eure Adressen kriegen und dann bekommt ihr die Gutscheine von uns zugesendet. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch mal gleich ins Eingemachte zu den Einsendungen zu unserer heutigen Runde. Ja, wie man hier auf der Tafel sehen kann, aktuelle Lage, haben wir jetzt vier Punkte, die wir heute abarbeiten. Und ich würde mal sagen, wir starten mit einer Einsendung mit dem Oberthema aktuelle Lage Corona. Da haben wir einen Jungen, der ist 13 und heißt Nils und hat uns auch zwei sehr lange Texte geschrieben. Ja. Sie waren sehr emotionsgeladen und ich würde das gerne einfach mal eben zusammenfassen und dann können Sie da ja Ihre Antwort geben. Genau. Nils hat gesagt, wenn er Bürgermeister wäre, würde er selber erstmal nicht in Panik verfallen und versuchen, die Leute in Meppen zur Ruhe zu bringen. Also ihnen Gewissheit zu geben, sie zu bestärken und er sieht das als ganz wichtig an, dass auf allen möglichen Wegen die Leute informiert werden, weil er selber gerade merkt, irgendwie hat jeder andere Wahrheiten oder Kenntnisse und gibt so Vorschläge wie, dass die Lehrer Bescheid wissen, dass sie die Infos an die Schüler weitergeben. Über WhatsApp-Gruppen, über E-Mails, im besten Fall sogar persönlich an der Tür klingeln und Bescheid sagen, sodass diese Ängste, die hier gerade herrschen, durch den Coronavirus genommen werden. Einerseits, dass man sich selber ansteckt, andererseits, dass die Angst genommen wird, dass man andere ansteckt. Und er bringt auch das Beispiel, dass er sich zum Beispiel mit jemandem verabreden wollte, eine Fahrradtour machen wollte, es aber nicht konnte, weil die Mutter von seinem Freund gesagt hat, ich weiß gerade gar nicht, wie die aktuelle Lage ist, bleib mal lieber zu Hause. Und ja, so sind die Jugendlichen natürlich auch super eingeschränkt im Moment. Und er hofft sich einfach, dass es klare Infos gibt, sie für Meppen klare Infos aussprechen und auch klare Anweisungen, wie man was machen soll und wie man handeln soll. Genau, das waren seine Punkte, sodass kein Chaos passiert. Und es ist ja jetzt mittlerweile schon die sechste Woche, die uns das betrifft. Und er bedankt sich auf jeden Fall schon mal im Voraus auf Ihre Antwort. Das ist gut. Hoffentlich macht er das auch noch, wenn ich antworte. Aber ich finde es total spannend. Wie alt war er? 13. 13. Also ich finde es total spannend, dass jemand sich so viel Gedanken darum macht, wie gerade die Situation ist. Und das, was er beschreibt, ist im Grunde genommen auch das, was wir, so bin ich fest davon überzeugt, auch gerade leben. So wie wir es machen. Wir haben ganz, ganz viele Bereiche, wo wir die Menschen informieren. Und eine Sache zum Beispiel, ich glaube, die ist auch einmalig, ist das, was wir hier gerade machen. Absolut. Nämlich einen YouTube-Kanal, Meppen mag dich auf den Weg zu bringen, wo wir ganz umfangreich auf diesem Kanal die Meppen informieren. Sie können uns Beispiele senden, aber auch ich konnte informieren über Dinge, die gerade aktuell sind, was wir auch gemacht haben. Gleichzeitig, und das finde ich auch spannend, dass er das angesprochen hat, wie informieren wir Schulen, Kitas über die aktuellen Dinge. Weil natürlich ganz viel über die Medien kommt, zum Teil mit einem zeitlichen Verzug. Da haben wir einen Fachbereich, der ganz intensiv mit den Schulen in Kontakt steht, mit den Kitas in Kontakt steht, mit den Trägern der Kindertagesstätten. Und wo die Informationen, die wir als Stadt bekommen, und wir sind ja auch abhängig von Informationen über den Landkreis Emsland, über das Land Niedersachsen, bis hin zur Bundeskanzlerin, wenn sie jetzt wieder eine Konferenz führt, dass wir dann diese Informationen, die dann bei uns auch ankommen, ganz schnell wieder weitergeben. Das machen wir. Das machen wir sehr transparent und auch mit Informationsblättern. Dass wir also Themen, die geballt auf uns zukommen, sehr detailliert zusammenfassen und als Infoblatt an die entsprechenden Träger und Einrichtungen Schule geben. Jetzt zum Beispiel bei den Schulen haben wir natürlich warten müssen auf den Hygieneplan des Landes Niedersachsen, damit wir das wiederum als Schulträger umsetzen konnten. Da haben wir aber auch schon im Vorfeld mit den Schulleitungen gesprochen, bevor das alles da war. Wir haben selbst schon einiges auf den Weg gebracht, damit wir möglichst schnell reagieren können. Und er beschreibt das, finde ich, ganz toll, nämlich kein Chaos entstehen zu lassen, weil Chaos ist nicht gut. In einer solchen Situation, in der wir stecken, brauchen wir nicht auch noch Chaos. Und wir haben an allen Ecken versucht, eben genau das nicht entstehen zu lassen, sondern viel zu informieren. Ich glaube auch, dass wir das ganz gut gemacht haben. Man kann immer im Nachhinein sagen, Mensch, da wäre noch mehr möglich gewesen. Das glaube ich auch. Wir werden auch sicherlich nach dieser Phase reflektieren, wo können wir vielleicht zukünftig noch besser, noch schneller informieren, noch besser sein. Ich bin aber im Moment sehr gut zufrieden, wie meine Mitarbeiter und wir auch selber da reagiert haben und die Informationen weitergegeben haben. Und als Bürgermeister selber ist es sicherlich in einer Stadt wie Meppen nicht möglich, von Tür zu Tür zu gehen, wie er das so schön gerade schreibt. Aber ich glaube, dass wir doch schon über viele Kanäle die Informationen rübergebracht haben. Und ich kann nur aufrufen, wenn jemand noch mehr wissen möchte, kann er genau wie sonst auch bei uns in einem Stadthaus anrufen. Er wird zu den entsprechenden Fachbereichen durchgestellt und bekommt darüber hinaus noch Informationen. Aber ich finde es total toll, dass jemand sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat und diese Sorgen mal kundtut als 13-Jähriger. Finde ich ganz toll. Und ich darf aber sagen, dass wir dort sehr gut unterwegs sind hier in Meppen. Ja, ich fand es auch total spannend, wie er es geschrieben hat. Und da wurde uns auch noch mal deutlich, wie viel auch die Jugendlichen eigentlich schon mitbekommen von der Lage. Und vielleicht noch mal jetzt dadurch, dass die Schule wieder losgeht, kommen ja die Infos auch noch mal anders rüber. Vielleicht kommen dann die Infoszettel doch noch schneller an die Jugendlichen, als wie es bisher war. Ja, genau. Genau, okay. Dann hoffen wir mal, dass Nils mit ihrer Antwort zufrieden ist. Aber ich persönlich habe jetzt keine Nachfragen mehr, deswegen ich gehe mal davon aus. Ich versuche mich ja heute so ein bisschen in die Lage zu versetzen, wie die Jugendlichen. Und ich wünsche ihm auch, dass er sich bald wieder auch mit seinen Freunden treffen kann. Das wollen wir alle und das wünsche ich ihm natürlich auch. Ja, dass das normale Leben wieder losgeht. Genau. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch mal ganz kurz. Wir hatten auch viele Einsendungen, die mehrere Themen gleichzeitig behandelt haben. So wie jetzt die nächste auch. Die ist von Celine9. Sie hat ein paar mehr Themen aufgeschrieben. Aber wir gehen auf alle einzeln ein. Und jetzt kommt der erste Aspekt. Das würde ich gerne mal vorlesen. Und ich würde die Spielplätze für höchstens drei Kinder wieder öffnen. Danke für den neuen Spielplatz am Margaretenkindergarten mit dem neuen Trampolin. Ich möchte so gerne das ausprobieren. Ja, das stimmt. Das wünsche ich ihr auch, dass sie das bald wieder kann. Genau. Aber das Thema Spielplätze, das ist natürlich auch wirklich ein besonderes Thema. Ja, dass Spielplätze auch gesperrt wurden durch die Verordnung. Das hat uns natürlich damals auch betroffen. Gerade so als Stadt Meppen. Wir betreiben ja eine ganze Menge Spielplätze. Und Frau Thien, Sie sind dafür zuständig. Sie wissen das besser als ich. Genau. Und natürlich wollen wir gerne wieder unsere Spielplätze mit Kindern gefüllt sehen. Wir haben Sie auch gerade, diesen Spielplatz, der angesprochen wurde, ja gerade nochmal neu gemacht. Genau. Also insofern kann ich das super nachvollziehen. Nur leider sind uns da als Stadt Meppen natürlich auch die Hände gebunden, zu sagen, wir öffnen jetzt wieder. Weil es dort eben eine Verordnung des Landes Niedersachsen gibt, die uns das im Moment nicht ermöglicht. Aber auch da, denke ich, müssen wir einfach abwarten, wie jetzt in der Folge weitere Lockerungen vielleicht auf den Weg gebracht werden. Und vielleicht ist ja ein Bereich, den Sie gerade genannt hat, nämlich zu sagen, begrenzte Kinderanzahl mit Abstandsregeln. Vielleicht ist da ja bald auch wieder was möglich. Wir persönlich oder ich auch würde mich sehr freuen, wenn es möglich gemacht wird. Nur wir als Stadt können es tatsächlich leider im Moment nicht erlauben, weil uns dort eine übergeordnete Verordnung das nicht erlaubt. Ja, übergeordnete Verordnung ist auch ein schönes Wort. Genau. Wir hoffen genauso wie du, Celine, dass unsere Spielplätze bald wieder öffnen können. Und da können wir, glaube ich, auch sagen, sobald es geht, versprechen wir, sind die Spielplätze wieder geöffnet und du darfst das Trampolin ausprobieren. Auch danke nochmal. Das ist auch ein großes Kompliment für uns, wenn wir so eine Rückmeldung zurückbekommen. Neue Spielplätze, die sehen schon mal optisch gut aus, dass sie dann auch genutzt werden. Genau. Das war dann auch schon der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist das Autokino. Und das würde ich sagen, ist das unser einsendungsreichstes Thema. Wir hatten fünfmal, insbesondere auch mit der Thematik jetzt zur Corona-Zeit, doch mal ein Autokino zu inszenieren. Es war natürlich auch von den etwas älteren Jugendlichen, 16 bis 18 war es, glaube ich, die fünf, genau. Die wünschen sich gerne, nicht nur zu Hause Netflix zu nutzen, sondern auch mal rauszugehen mit einem Freund. Wie ist da denn hier bei uns in Meppen die Lage? Ja, ich finde es ganz spannend, dass von den Jugendlichen und Jungheranwachsenden dieses Thema aufgenommen wurde, weil wir uns schon vor drei Wochen mit diesem Thema beschäftigt haben. Und zwar unser Stadtmarketingverein WIM, kennt ihr bestimmt auch alle, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Recht früh, weil wir damals schon der Auffassung waren, Mensch, das müsste doch möglich sein, weil man dort eben die Abstandsregelung einhalten kann und alle diese Dinge. Und im Auto sitzt mit den Menschen, mit denen man auch sonst zu tun haben darf, nämlich Familie oder einen Freund. Leider ist uns das nicht genehmigt worden, sonst hätten wir es in Meppen schon gehabt. Dort ist auch eben eine Verordnung, die sagt, Veranstaltungen dürfen nicht durchgeführt werden. Und der Landkreis Emsland, dem wir gebeten haben, das zu genehmigen, hat es nicht genehmigt. Das ist halt so, da mussten wir dann davon ausgehen. Jetzt wissen wir allerdings, dass es in anderen Bereichen schon ein Autokino gegeben hat. Und wir sind gerade ganz aktuell wieder dran, das darf ich auch an dieser Stelle so sagen. Wir sind gerade ganz aktuell daran, mit einem entsprechenden Betreiber Verträge abzuschließen. Und wir wollen es hier in Meppen durchführen. Ich habe auch die große Hoffnung, dass es vielleicht klappt. Wir haben auch ein Wochenende im Blick, wo wir da eventuell das machen wollen. Das ist der 20. bis 24. Mai. Da sind wir gerade auf dem Weg. Und mit der großen Hoffnung, dass durch, ja, vielleicht doch etwas weitere Lockerungen, wir auch die Genehmigung bekommen, das durchzuführen. Also wir sind in den Startlöchern. Wir sind vorbereitet. Wir bereiten gerade alles vor. Und wenn wir die Verträge geschlossen haben und es wird uns genehmigt, dann wird es in Meppen ein Autokino geben. Oh ja, das wird wahrscheinlich die fünf besonders sehr freuen. Ja, uns auch. Genau. Deswegen, also wenn es die Infos gibt, dass es durchgeht, dann werden wir die wahrscheinlich auch sofort in die Werbung gehen, oder? Sofort, ganz schnell. Also wenn dort alles geregelt ist, wenn wir die Genehmigung bekommen, wenn die Verträge unterschrieben sind, dann werden wir sofort in die Werbung damit gehen. Das läuft dann über unseren Stadtmarketingverein, über meine Pressestelle wird das sicherlich auch verbreitet, hier über die Kanäle, alles, was wir an Möglichkeiten haben. Und das wird dann ganz schnell passieren. Und da habe ich wirklich große Hoffnung, dass wir da irgendwie hinbekommen. Genau. Oder ein kleiner Tipp für die Jugendlichen. Schaut doch mal auf Facebook bei der Stadt Meppen vorbei oder bei Instagram. Wir haben bei beiden einen Account. Und eigentlich sind da immer die aktuellsten Themen vorhanden. Genau. Dann sind sie am schnellsten informiert und können sich Tickets sichern. Gleichzeitig ist natürlich dann die Hoffnung auch da, wenn das Autokino inszeniert werden kann, haben wir eine weitere Einsendung. Wie sieht es denn aus mit Autokonzerten? Da musste ich, ich habe das letztens auch gehört, da musste ich erst mal nachgucken, was ist eigentlich ein Autokonzert? Also es ist kein Hubkonzert. Nee, genau. Also es ist so ähnlich. Und auf der Bühne wird Musik gemacht und die Menschen sitzen auch im Auto und hören sich das an. Ich denke, dass das eventuell eine Weiterführung sein könnte. Und ich finde es total spannend, dieses Thema anzugehen. Und ich glaube auch, wenn ich unseren Stadtmarketingverein so richtig kenne und Ansgar Limbeck ist da sehr kreativ, dass er dieses Thema mit aufnehmen wird. Ob das vielleicht auch möglich ist, vielleicht in Anlehnung an Autokino dann auch noch ein Autokonzert hinterherzuschieben. Aber da wäre ich im Moment, ich sage mal auch, ich bin immer eher ein bisschen vorsichtig, nicht zu viel verlangen, sondern ganz vernünftig an dieses Thema herangehen. Aber auch die Idee finde ich total klasse. Und wenn wir die Möglichkeit bekommen, es zu tun, mit allen Regeln, die wir einhalten müssen, dann fände ich das eine tolle Sache. Und ich denke, da werden wir uns auch auf den Weg machen, vielleicht so etwas durchzuführen. Aber da kann ich im Moment natürlich nichts versprechen. Werde ich sowieso nicht, weil andere müssen es genehmigen. Genau. Aber dann ist schon mal die Hoffnung da, falls das Autokino kommen sollte, gibt es auch die Anregung zum Autokonzert. Genau. Dann könnten wir auch noch mal den Aufruf starten, in welche Richtung von Musik es vielleicht gehen sollte. Vielleicht ist Ansgar da ja auch bereit. Genau. Man weiß es nicht. Da ist ja sicherlich jemand, der dann der richtige Ansprechpartner wäre. Genau. Okay, perfekt. Ganz spannend fand ich, als ich das Thema gelesen habe, Autokonzert oder Autokino, wie kommt denn der Ton eigentlich rüber? Und wissen Sie das, wie das läuft? Dann erzählen Sie das doch mal in den Augenblick. Ich habe das auch nachgefragt, weil ich das nämlich auch nicht wusste. Aber es ist tatsächlich so, dass heutzutage jeder im Prinzip über sein Autoradio eine Frequenz anwählt und tatsächlich beim Autokino über seine Autoanlage, je nachdem, was für eine er hat, über das Autoradio den Ton bekommt. Und das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Ich habe das auch hinterfragt. Aber das ist tatsächlich so. Ich bekomme also vorher eine Frequenz, die ich anwählen kann im Autoradio und dann habe ich es im Auto. Also fand ich auch total spannend. Nicht nur Fenster runter, sondern der Ton kommt direkt rein. Perfekt. Dann haben wir da ja schon mal eine sehr gute Nachricht für die Jugendlichen Autokino, Autokonzert. Könnte glücken. Wir warten mal ab. Genau, das müssen wir noch abwarten, aber da sind wir in den Startlöchern. Und zum Schluss dieser Sendung haben wir noch eine ganz spannende Einsendung, sage ich mal. Das ist ein Thema, was so Dörfer viel beschäftigt. Aktuell natürlich auch. Schützenfest. Da hat ein Junge geschrieben, er heißt Lukas und ist 18. Wenn er Bürgermeister wäre, würde er doch in den Schützenverein vor Meppen eintreten. Ja, und dann gebe ich den Ball mal direkt an Sie rüber. Würden Sie denn auch in diesen Verein eintreten? Sind Sie überhaupt in einem Verein? Und genau. Ja, das ist echt eine interessante Frage. Oder eine Anregung ist es ja eigentlich eher. Was ich machen sollte. Ja, ich bin im Schützenverein St. Hubertus, weil ich dort wohne. Das ist also mein Ortsteil, mein Schützenverein. Und dort bin ich eingetreten. Und der Schützenverein vor Meppen ist im Prinzip aus dem Schützenverein Hubertus heraus entstanden als eine Kompanie. Und ich habe tatsächlich schon das Anmeldeformular für den Schützenverein vor Meppen bei mir zu Hause. Da hat es einen Grund gegeben, weshalb ich den noch nicht unterschrieben habe. Aber den habe ich tatsächlich zu Hause liegen. Und es wäre der weitere Verein, Schützenverein, wo ich eintreten könnte und auch würde. Das ist ja immer für einen Bürgermeister so eine Gratwanderung, weil ich ja nicht in jeden Verein eintreten kann. Und hier ist es wirklich auch für mich dann aber eine deutliche Abgrenzung und auch Begründung zu sagen, nein, das sind meine beiden Vereine, nämlich dort, wo ich wohne in Meppen, in der Neustadt, die im Prinzip zusammengehören. Und deswegen ist es so, dass ich tatsächlich das Eintrittsformular schon zu Hause liegen habe. Also insofern werde ich da sicherlich wieder darauf zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Vielleicht hatte Lukas sogar die Hintergrundinformation. Das wissen wir auch nicht so genau. Aber auch eine erfreuliche Nachricht für Lukas. Der Bürgermeister wird auch in deinen Schützenverein eintreten. Genau, dann würde ich sagen, also für heute wären wir erst mal durch mit den Themen. Noch kurz zur Info für euch. Falls eure Themen heute noch nicht dabei waren, seid nicht traurig. Sie werden auf jeden Fall morgen oder übermorgen auch noch eingesendet. Wir haben das Ganze in drei Sendungen aufgeteilt, damit die Videos nicht zu lang werden. Und schreiben auf jeden Fall auch in den Infotext immer, welche Themen wir im jeweiligen Talk behandeln. Genau, und dann noch mal an die Gewinner. Seid nicht ungeduldig. Wir schreiben euch auf jeden Fall an. Ihr bekommt die Gutscheine zugeschickt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Knurbein, dass Sie bereit sind, die ganzen Fragen zu beantworten. Genau, dann schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.